Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Keep Talking and Nobody Explodes mit denselben Bomb-Diffusal-Opfeln. Konsti und David. Hallo. Ja und wie letzte Folge angekündigt machen wir jetzt die... Wie vielte Bombe ist das eigentlich? 2.4. Bombe. Pick up the pace. Habe ich letzte Folge vorgelesen. Wenn ihr wissen wollt was ich vorgelesen habe, dann guckt entweder auf den Bildschirm oder schaut letzte Folge an. Und wir starten. Das ist mir Arbeit. So, 3 Minuten für 3 Module. Sollten wir doch wohl hinbekommen. Ähm, ich kann noch nichts erkennen. Äh, weißer Button mit Hold. Und Konsti wir machen das mit dem, mit dem, mit dem Screen, mit der Zahl drauf und 4 anderen Buttons. 1. Also, second position. 1. David weißer Button mit Hold. Leuchtet da ein, ein Blinker mit dem Label K. Wo? Da steht... Eine Lampe auf der Seite. Eine leuchtende Lampe mit K. Auf der Bombe? Ja. Na, auf dem Bildschirm. Nöööö. Ja, auf der, auf der Bombe sollte es stehen. Leuchtet nur was, wo SICK draufsteht, aber ich glaube, steht da immer... Ja, da gibt's kein K. Okay. Und? Und was steht bei dir? 4. In Position Wien 1, also Position 2. 1. Wie viele Batterien sind da? 2. Ähm, konntest du da stehen? 2. Ne, es sind 4, David. 4. 4 Batterien? Jo. Okay, und hast du ein Label mit FRK? Mit einem... Mit einer Leuchttür, oder? Nööö. Du musst dir 1 drücken, wo 1 draufsteht. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. Dann holt mal den Button down. Jo. Blau. Was leuchtet da? Blau? Ja. Ähm. Okay, äh, dann, äh, wenn 4 ist. Position 2 drücken. Gut, äh, ist auch nur 2 drauf. David, ähm, Labyrinth. Letzte. Zeile ist, äh, vierter, vierte Position. Was konnte sie? Die, die letzte noch. 2. Erste Zeile, vierte Position. Okay, ja. Die 1 muss drücken. Gut. Ähm, und drittletzte Zeile dritter, dritter Stelle. Drittletzte Zeile, also? Die vierte. Dritte Stelle, also das gleiche wie letztes Mal. Äh, ja, genau. Okay, also nach oben? Glaub schon. Du weißt, wer nicht, wo ich bin. Ich bin 2 nach rechts von dem untersten Kreis. Und ich muss ganz unten links in die Ecke. 2 nach rechts. Rechts? Ich bin, ich bin das vorletz... Ich bin 2... Ich bin von dem Kreis 2 drüben. Ja. Von dem unteren Kreis 2 rechts daneben. Der Kreis ist 1 links wahrscheinlich. Nicht so wie letztes Mal. Okay, stopp. Der unteren Kreis ist... Aus der linken oberen Ecke gehst du 4 runter und 2 nach rechts. 3. 3. 3 nach rechts. 3 nach rechts. Und ich bin 5 nach rechts. Und muss ganz unten links in die Ecke. Und ihr habt noch 25 Sekunden. Ich möchte jetzt ja keinen Stress machen. Ja, also nach rechts. Nach rechts? Ja, ich bin nach rechts. Ich bin nach rechts, aber ganz am Rand. Nein. Ich bin nach am Rand, ja. Weiter, weiter, weiter. Jetzt bin ich am Rand. Was? Nach oben? Ja. Nach oben? Okay. Links, äh, links explodieren. Es war eh richtig, was ich dir gesagt hab. Ich hab gesagt, sollst du nach rechts? Du so, nein, ich bin... Es war nach rechts, hast du gesagt. Nein, er hat... Ich hab gesagt, sollst du nach rechts? Ja, hat er wirklich gesagt? Keine Ahnung, irgendwas war nach falsch. Ja, du! Nochmal. Pst, nochmal. Ja, ich glaube, es ist ganz gut, wenn sich dann wirklich nur einer drauf konzentriert. Weil wenn dann beide reinschreien... Richtig, vier Symbole. Hat er schon und das drückt auch. Vier Symbole, Konsti. Ja, aber dadurch haben wir im Endeffekt länger gebraucht. Aber es geht schon weiter? Ja, vier Symbole. Äh, so... Ja, okay. So ein Arsch mit einer Nase... Nee, mit einem Auge drüber. Puh. Ne, sind eher Brüste mit einem Komma und einer Augenbraue drüber. Okay, ja. Äh, ein ausgefüllter... Äh, nicht ausgefüllter Stern, also leerer Stern. Die Lambda und ein CL in Schreibschrift geschrieben. Okay, Brüste. Ja? CL, Lambda, Stern. Gut. Dann dasselbe, was wir immer machen, Konsti, mit einer 3 oben drin. Und David, du kannst schon mal mit diesen sechs Button, wo there und wait und okay und so drinsteht. Äh, dritte Position. Es steht eine 3. Okay. Eins. Da, wo vier draufstehen. Drei. Also selber, Bad. Drei. Dritte Position. Zwei. Zwei. Noch mal zwei. Ja. Ähm, erste Position. Zwei. Drei. Die zwei steht drauf. Gut. So, jetzt steht oben there bei mir. T-H-E-I-R. There steht da. Ein Button? Nein, auf diesem komischen Ding, oder? Ja. Auf dem Screen. T-H-E-I-R? Jo. Okay, was steht rechts in der Mitte? In der rechten Spalte in der Mitte? Ja. Nichts. Okay. Moment, ich bin beim falschen Rieb. U-H-H-H. Nee. So, right. Nee. Okay. Ausgeschrieben. O-K-A-A-J. Äh, Y. Ja, mit A-Y. Ja, hab ich. Das drück. Jo. Es steht Read. Ich bin beim falschen Rieb. Gleiche Position wie vorhin. Rechtsmitte. No. Blank. Ja. Drücken. Gut. Let. L-E-D. Äh, linksmitte. Schur. Ja, sicher. Ja. 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 You are. Zwei Wörter. U-H-U-H. Nein. You are. Ach so. Nee. Done. Nein. Like. Nein. You are. Mit Apostroph. Nein. You. Nein. Hold. Ja. Oh Gott sei Dank. Elf Sekunden noch. Danke. Bitte. Sie sind auf U-H-U-H gekommen. Das hatte ich auch gehabt. Nein. Dann habe ich doch sogar am Anfang gesagt, oder nicht? Na. Na. Ich habe aber nachgefragt, ob du das meinst. Ja, ich war bei der Massen. Ich war bei was komplett anderem. Was hast du denn? Ja, ich war da, da gibt es auch der und so. Und das war einfach dieses, wo man die Buchstaben durchwechseln muss. Dieses Passwort. Das ist, was weiß ich. Wo müssen du hin gescrollt? Ach, da unten. Ich glaube, da kommen wir erst später noch hin. Oh je. So, wir kommen zu Section 3 in Moderate. Ach, schon. Jo. Äh, hidden message. Mit Zettel es bald aus. Na so was. Gut, wir haben fünf Minuten für drei Module. Oh. Okay. Okay. So einfach. Hm. Stimmt, aber was davon, dass die Module, die wir bekommen, zeitaufwendig sind. Ah, die. Äh. Oh Gott, wir haben das mit dem Morse-Zeugs da. Mit so und so viel Megaherz. David, roter Button mit Press. Gott. Ja. Wenn du die lange Pause hast, sag's mir. Das müsste jetzt gewesen sein. Dreimal kurz. Wie oft. Dreimal. Jetzt viermal kurz. Alter, ich komm da nicht mit. Sag einfach kurz, kurz, kurz. Lang kurz, kurz. Moment, Moment. Nichts mit dreimal viermal, okay? Ich warte jetzt nochmal auf die lange. Ja. Jetzt. Kurz, kurz, kurz. Kurz, kurz, kurz. 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 Lang. Kurz, kurz. Kurz, kurz. Äh, kurz lang. Kurz, kurz. Also ein kurz, kurz lang, Freund, oder ein kurz, kurz, lang, kurz? Ich muss nochmal von vorn anfangen. Alter, was ist das für ein Scheißdreck, ey? Warte, kurz. Warte lang. Nee, ich hab's, es ist 3,505. Es ist schon eingegeben, ich drück einfach mal, ja? Ist richtig. Krass. Und Simon Says kannst du gucken, es ist... Gar nix. Blink nix, warum blinken? Ist doch grün. Kein Strike? Nee. Vokal in der Ding-Nummer. Äh, ein I. Ein I? Jo. Okay, grün war's? Jo. Gelb. Jo. Grün, rot. Gelb, blau. Ja. Grün, rot, gelb. Gelb, blau, grün. Ja. Grün, rot, blau, gelb, grün. Grün, rot, gelb, grün. Gelb, blau, grün, gelb. Äh, blau, grün, gelb. Oh. Was ist das jetzt? Das ist das Lichtausgang. Grün, rot, gelb, grün, gelb. Gut, so, David, zwei Batterien. Äh, mini, zwei, zwei, ne, ich hab zwei Batterien. Okay, äh, gedrückt halt den Button. Oh, was läuft? Weiß. Wenn's eins steht, releaseen. Alles klar. Perfekt, da sind wir noch fertig. Zwei Minuten, vierzig. Easy. Bitter, aufwendiges an dem Boden. Moisen ist eh easy. Ja, mega easy. Ich hasse dieses Modul. Okay. Du musst... Was ne gut. Nächste Bombe. Ich konnte das Modul einfach wegzukamern. Something's different. Do these wires look different to you? Does this bomb look exploded to you? Alles klar. Fünf Minuten drin. So, was haben wir denn da? Normale Wires, drei Stück. Boah. Schon bei den komplizierten? Ach so, sag das euch. Es gibt auch komplizierte. Nein, ähm, kein Rot? Ein Rot. Rot, blau, gelb. Ist das letzte Wires? Ne, gelb. Mehr als ein Blaues? Nein, nur eins. Das letzte Wires. Ja, das ist klar. Dann kann David jetzt schon mal nach den komplizierten Wires gucken und Konst, die... Da bin ich auch gerade. Ja, aber das mit Konst, die, das haben wir jetzt schon gemacht mit dem Screen und den vier Symbolen, äh, vier Zahlen. Okay, ja, dann schau ich mal nach den Komplikanten, ja. Ja, die sind so, machen wir doch. Eins. Äh, second position. Drei. Ja, das wird, ja. Ihr? Äh, same position wie in eins. Also, äh, position zwei. Ja. Zwei. Zwei. Label, present stage one, also die drei. Zwei. Drei. Selbe Position wie in zwei, also die zweite Position. Zwei. Drei. Das ist gleiche Label wie in stage vier, also die zwei. Gott. Scheiß, warte. So, äh, komplizierte Wires? Ja. Ja? Ja. Zwei rote, ein schwarzes. Nein, 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 nein. Du musst jeden Einzelnen sagen, ob da eine Lampe ist, welche Farbe und welchen oberen Stern. Alles, was er hat. Äh. Oder sind's die, die von links nach rechts gehen? Ja. Ach so, das sind ja nicht die komplizierten. Natürlich. Nein, 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 es gibt viel schwierigeren. Es sind halt die mittleren, weil es mir auch wohl ist. Okay, ähm, das erste, das von links weg geht. Geht nach C. Und hat welche? Rot. Farbe? Was? Rot. Ähm. Ja, cutten. Das zweite geht von, äh, geht nach A und ist schwarz. Ja, cutten. Äh, das dritte geht nach C und ist rot. Nicht cutten. Gut. Ähm, das vier, also das erste geht nach, äh, ist schwarz und geht nach B. Okay, also steht jetzt eine vier davor, ich weiß nicht, ob das relevant ist. Ne, die ist schlecht. Äh, nicht cutten. Gut. Nächstes Modul, also da waren wir uns nix. Also nicht nächstes Modul, aber jetzt nächste Stage. Das siebte ist rot und geht nach B. Also das ist an der ersten Position jetzt hier. Äh, äh, nicht cutten. Ähm, das nächste ist blau nach C. Nach C? Jo. Nicht cutten. Und das letzte ist blau auch nach C. Cutten. Gut, letztes. Rot nach B. B? Jo. Nicht cutten. Blau nach A. Nicht cutten. Schwarz nach C. Nicht cutten. Na, ist klar, fertig. Ganz? Jo. Oh. Noch eine Minute, acht und dreißig. Ich war ja, sind die Ise. Die... Schlechte Klein wieder gegen Ganesha. Könntest du das dem David gerne erklären. Achso. Äh, David, bei denen geht's drum, in welcher Reihenfolge die von links weggehen. Ja. Die Liste hast du mit First Red, First Blue, First Black. Ja, 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 ja. Genau. Und wenn der, halt, der erste Rote, den der kommt, wenn der zu C geht, egal ob wie viele Schwarze und Bräu da schon war, dann könnte er gekuttert halt sonst nicht. Und dann war das der erste Rote. Und der nächste Rote ist noch eine zweite Rote. Und die Zahl links ist egal. Es geht nur darum Farbe und wohin. Okay, okay. Und halt, du fangst aber links vom Obersten anbieten, die Wüfelde. Ja, ich hab mir einfach eine Lissi gemacht. Rot, schwarz, rot, schwarz, rot, schlau, blau, blau, blau. Und dann halt gezählt. Gut, nächste Bombe. One giant leap. Nein. Oh, alles klar. 60% of the time this bomb explodes every time. Ah, ja. Fünf Minuten, vier Module. Simon Says, seh ich schon. Und Morsen? Ja. Machen wir Morsen gleich. Okay. Ich warte nur auf die lange Pause. Ich bin bereit. Okay, jetzt. Kurz, kurz, kurz. Lang. 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 Kurz, kurz, kurz. Kurz, kurz, kurz. Drei, fünf, drei, fünf. Warte. Drei, fünf. Warte. Falsch. Drei, fünf. Drei, fünf, sechs, fünf. Ah, nochmal. Okay, mach ich mal, ja. Drei, fünf, sechs, fünf. Drei, fünf, sechs, fünf. Ist richtig. Da wird, äh, Simon Says Rot. Oh Gott, die Scheiße. Hast du ein Vokal? Ähm, ja. Ein E. Blau. Nein, stopp! Wir haben schon einen Strike. Ja, Hände. Das kannst du jetzt machen. Also Rot ist Gelb, ja? Ja, Rot ist Gelb. Rot. Rot, Grün. Gelb, Blau. Ja. Rot, Grün, Rot. Gelb, Blau, Gelb, oder? Ja. Richtig, fertig. So, ähm, die Symbole, David, und Konze, du kannst schon mal nach den komplizierten Eiers gucken. Also diesmal die komplizierten mit, äh, mit Lampe und Stern. Ja, okay, ich bin bereit, gib mir ja noch. Gib mir gleich den Eiers. Ja, ist das Licht ausgegangen, so ein Scheiß. Ähm, David, die Symbole erkenne ich noch, ja? Ja. Das, äh, das Schreibschrift, Schrift, Haar mit einem Kringel unten drunter. Okay. Äh, verkehrt rum ist Fragezeichen. Okay. Äh, ein, ein rundes E mit zwei Punkten drüber nach links. Ja. O mit Strich drunter. Okay. Das runde E mit den Punkten. Jo. Das O mit den Strichen. Jo. H in Schreibschrift. Und das Fragezeichen. Alles klar. So, erster Wire. Keine Lampe, Blau, Sternchen. Strich punktiert. Und blau. Okay. Hast du den Parallel Port? Auf der Seite. Ich hab'n Port, ja, aber ob der parallel ist, so'n rosanen. Ich schneid's mal durch, dann wissen wir's. Ist was passiert? Du hast, du hast nix gesagt. Durchschneiden. Gut, falsch. Hast du einen Strike bekommen? Ja. Ähm, Lampe. Lampe, ähm, weiß, blau, Sternchen. Warte kurz. Ach, scheiße, ich hab' keine Lampe, ist klar, gell? Jo. Ah, da gibt's zwei punktiert, oh mein Gott. Ähm, warte. Ich will ja keinen Stress machen, aber wir haben noch eine Minute. Wenn du den Parallel Port hast, jetzt aber wirklich hatten wir einen Parallel Port. Alles klar, richtig. Okay, nächstes. Ähm, aus, blau, rot, kein Stern. Letzte Zahl des Zero-Number ist, ähm, even, dann cutten. Drei, also nicht. Nicht cutten. Äh, keine Lampe, weiß, kein Stern. Cutten. Stern, äh, Quatsch, ja doch, Stern, Lampe, weiß, blau. Äh, cutten. Oh, Gott sei Dank, Alter. Vier, vier Minuten geht's nicht mehr. Äh, vier Sekunden vierzig, mein ich natürlich. Den hatten wir schon. Ah ja, hab ich nicht drauf geachtet. Das war der mit Parallel Port, und der Parallel Port richtig war. Oh mein Gott, da hab ich einfach auf gut glücklich. Puh. Alles klar. Puh. Echter Bomben, mein Schäufer. Vier Sekunden fünf vierzig hatten wir noch. Ja, easy. Alles klar. Wenn er nichts hat, cuttest du. Wenn er weiß ist und keine Lampe, kein Stern, cuttest du. Ja, okay. Ja, 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 ja. Na gut. Einer hab ich geschwitzt. Knapp 20 Minuten. Äh... Habe ich alles zerstört? Oh. Puh. Puh. Die Bomben, ne. Puh. Puh. Ähm, ja, danke für's dir schon. Tschüss. Hab Spaß gemacht.